Das ist hier Ostdorf, der Ostdorf am 13. Oktober 2012, auf 30 begrenzt hier, Ostdorf. Die amerikanische Flagge weht hier, die gibt es auch noch für die Verbundenheit mit Obama. Stopp, Ostdorf. Etwas gegenlich, macht aber nichts. Was gibt es hier denn? Wir fahren jetzt rechts rum, mit dem Get-Off. Stopp haben sie überall hier, muss man echt anhalten, sonst gibt es ja Ärger. Noch mal, da kommt einer. Weiter geht es, hier eine kleine Windmühle. Ostdorf, Räucherkarte. Das wär's dann auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.